So, ich hab jetzt mal wirklich eine ernst gemeinte Frage an euch. Seid ihr auch so todesgenervt von dem ganzen... Ey, zitter nicht! Ich hab gesagt, stell dir vor. Irgendwann im Leben seid ihr doch echt falsch abgebogen, oder? Jetzt mal ernsthaft, Leute. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, was ihr so von diesem ganzen Hype haltet.